Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Ich bin Adel's 47. Mit dabei ist... Mixerate Gaming am Start. Genau, und wir durchsuchen die befallene Ausgabenstätte. Irgendwie nicht, fragst du. Wieso nicht? Weil ich runtergegangen bin. Naja, Standort ist die Rekke-Kurse an die Waffe hier. Du wieder haste mich, ne? Einen. Wenn du vorläufst, dann schon alle besiegst und ich nicht dabei bin, dann äh... ... 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 Ah, mein Jochen da. Das war's. 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 Ah, bitte. ich war der hier, ne? Ja, ja, war schon so, mein ähm, das ist jetzt nicht gegangen ähm, da unten Martin würde ich nichts bringen, da die hier um zuerst kommen sind wir da und was gleich ja auch mit mir um die 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 Das war's für heute. Ich habe mich wieder in die Tür. Das war's. Ich weiß nicht, was Sie sich denken, an diesem Ort eine Kolonie zu gründen. Ich weiß nicht, was Sie sehen, was Sie sehen, was Sie sehen, was Sie sehen. Da ich euch gerne alles noch von Taras zeigen möchte und wir in dieser Folge noch ein bisschen Zeit haben, kann ich euch versichern, dass ich jetzt hier die Karte noch ein bisschen erkunden werde. Ich weiß nicht, wie Max Hart, ob der noch Lust dazu hat, oder? Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, diese Karte holen wir jetzt. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläger? Einmal mal als Vaterkunde. Ja, manchen Küsse, außer, die hier habe ich mir übrigens noch oben. Ist ja eine ganze Menge. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ja, ich wollte... Ich möchte gerne den Zuschauern alles von Taras zeigen. Und die Folge ist gerade mal zehn Minuten alt, deswegen... Kann man das mal machen und hier noch Taras erkunden, damit man die ganze letzte Karte sieht. Wenn ich einen Port machen darf, dann ja. Du kannst machen, was du möchtest. Hm, ich weiß, es scheint mir was. Ich bote wieder zu dir. Jöp dich. Ach, sehr. Das ist die ganze Karte für ein toleranen Sumpfland angesehen. Jawoll. Was? Warte, bitte, dann ist ein Sumpfland, äh, ein toleranen Ding. Ich werde aber nur noch mal komplett quer drüber. Und da oben, die sinkende Stadt, wo, äh... Die ganze Zeit hatte noch Missionen gehabt, da war ich auch noch nicht. Äh, hab ich gar nicht. Piratenmedizin? Ähm... Ich weiß, sie ist in eineinhalb Minuten wieder, also... Ich auch mal. Also hier kommt, wenn die Karte hier entdeckt. Ja, hier auch, ich auch. Nur komplett Taras noch nicht. Wo ist denn jetzt den Supportpunkt? Hm... Hm... Hier, die sinkende Stadt irgendwo. Die kann ich noch nicht teleportieren. Ähm, solltest du mal... Hast du schon, äh, Davos-imperialen Frontlager aus, oder wie heißt? Hast du das ja schon? Wo du jetzt bist, Robert? Da, du ne, ist der Ausposten, äh, Morne. Morne, also. Ah, den hab ich schon lange. Ja, der Ausposten, aber nicht hier die Karte, oder? Ne, bitte. Ich ford mich noch zu Bray, denk mal. Ich fahr jetzt gemütlich mit Taxi. Er hat nicht aufgrund, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Ah, wenn wir nur anwerken, wären die Gilde, äh, einfach nur Alex und nicht anschreiben. Ähm, ja. Ja. Vielleicht nur wir da können, oder? Ah, ja. Ja. Oh, da haben wir wohl gehabt Seiten, besser als auch uns Seiten, irgendwie, ja, ich war nicht. Ich fahr jetzt einfach mal. Oh. Oder nicht. Bitte? Wäre nicht. Was, nicht? Oder nicht, hätte ich gesagt. Auf ihm seid ihr oder Rentscheid? Das muss besser als Taurus. Beide ihrer Vorzüge, ne? Aussehen her, jedenfalls. Äh, ja, Punkt. Jedenfalls auch Umarfen. Ja, Mensch. Ist nicht so, nicht so dreckig oder so, ne? Ja, komm, ja. Die ganze Garte von Taris angesehen. Jawohl. Ich hab auch gleich. Ich hab schon bitte, es geht nur noch hier mit Ray und dann hier mit Ray und das Zeug, ne? Und dann noch ganz oben. Wo ich gerade bin wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Keine Außenposten da. Ja. Weißt du noch nicht. Ich fahre schnell mit dem Taxi dann. Wie viel Geld hast du gerade auf deinem Stream-Charakter? Wollte ich mal gerne wissen. Bevor ich das vergesse. Wie viel Geld hast du denn jetzt auf deinem Stream-Charakter? Ja. Wie viel? Ja. Über die Mülle? Nee. Ich hab, ich kauf immer was. Also, glaub ich hab gar mal 200 Taunen oder irgendwas. Ja. Na gut. Ich hab, ich sag immer so an Geld noch nicht. Aber, ähm. Es ist halt so, wenn man spart, dann hat man mehr, ähm. Mehr ist das hier. Ja. Ja. Also, wenn du auch immer. Hast du die AC gesetzt, weißt du, dass du was geschafft hast. Also, richtig was geschafft hast für dich selbst, weißt du. Ja. Nein. Wenn du es gleich auf einmal ausgibst, ist ja auch scheiße. Dann sag ich. Vielleicht gibst du sowas, ähm, raus. Eigentlich guck dir eines Liebungs-Streams zwar eigentlich gerne mit bei dir. Ja. Aber, zeittechnisch passt nicht immer. Wollt ihr wohl sagen. Ja. Für die Freitas, oder? Das, ja. Hm. Wenn ihr was seht, das euch gefällt, ruf mich an. Eikoglänzen wirklich gerne, aber es tut zeitlich nicht mehr. So, ich muss einfach ganz hoch fahren, einfach ganz rüber. Ich will mein Wissen mit jüngeren Teilen zu können. Lebe du wohl, junger Jedi. Und, da sind Rathbühle getogen. Spezialhüter, was haben wir denn so im Angebot? Ich habe Rathbühle getogen. Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Soldatenherz? Bin ich denn Soldat, oder was? Hm. Ja. Nein. Ja, natürlich, du hast einen. Hä? Na ja, dann. Auch die Stream-Karte von dir. Ach. Das hat doch hier nichts mit zu tun. Sag's doch nix. Ja, da, da, da. Zwick ich weiter. Ich meine, ich kann Werbung, als ich diesen Spruch jetzt noch nicht richtig aus der Werbung hatte damals mal. Ich weiß, du hast aus, also mich. Du hast den Hü disclose. Aber ich hatte schon einen Tren relationship mit dabei. Ich gehe da. Oh, das war ja. Nischley. Ich habe die Fertilin. Ist auch bescheu, wenn du alles hast, ne? Ja. Bin in der Kantine, einen trinken. Kann sein, ich kann eine Stelle gar nicht freischalten. Was kannst du nicht freischalten? Muss natürlich. Oh, hier schöne Kantine-Murkel. So hab ich ihn jetzt frei gescheitend. Hoffe ich. Guten Tag. Ich freue mich immer über Kundschaft. Kann ich euch behilflich sein? Mir fällt gerade auf, ich muss einmal nach P2-Flecken entscheiden. Seht euch ruhig um. Ich hasse das Karte-Aufdecken. Wenn ihr was seht, das euch gefällt. Du, das musst du nicht tun, ne? Du nimmst ja nicht auf. Ja, es geht leider nicht, hab ich erklärt. Ich such die Endzeit schon gar nicht nach Einstellungen. Aber ich finde nicht, was mir entsprechen könnte. Und was man hat, hat man. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt. Quizon unterhält mich mit seiner ruhigen Stille an deiner Schulter. Ja. Gute Jagd. War ich heute schon uns nicht aufhalten. Wohin jetzt? Das Beute wartet nicht. Hätte ich gesagt, dass ich in der Kantine warte? Ja, ne? Ja. Gott. Was sagtest du? Was sagt denn unser Vermächtnis? Charaktervorteile. Flashpoint-Erfahrung. Klasmissunerf- Erkonos-Erfahrung. Gespräche hier kommen. 30.000, das ist ziemlich viele, ne? Das ist so ein Siegelski. Auch nicht drücken. Hm. Stammbaum. Moment. So. Fast fertig. Fertig. Du musst mich nur einmal bohren. Oh, ich bin in der Kantine. Und wie es in der nächsten Folge weitergeht auf unserem Raumschiff, das seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss. Haut raus.